Ein fröhliches Hallöchen nach draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi-Bloxberg-Podcasts, Bibi-Bloxberg und die Generation Kassettenkinder mit Antje. Hello out there. I'm Antje. And hi, I am Stefan, but you can call me the Springer from Herden. The Jumper. Ja, so ähnlich. Wir reden heute nicht Englisch, keine Sorge. Außerdem war das kein Englisch, was ich gerade gesprochen habe. Nein, wir können das besser. Aber wir sprechen heute über eine Familie, die einen englischen Namen hat und einen sehr breiten englischen Akzent. Man muss ja fast froh sein, dass sie keinen irischen Akzent hat, denn ich weiß nicht, ob du mal Ihren und Irinnen hast sprechen hören. Das ist ja wirklich fast nicht verständlich. Ich glaube aber, ich habe einen Kollegen, der hat mal beruflich in Irland gewohnt, ein paar Jahre, der sagte, es gibt fast keinen Iren, der noch irisch spricht. Ja, wahrscheinlich. Dieses Gälische vermutlich. Das sind ja die richtig fiesen Dialekte. Genau wie in Wales, die meisten Waliser sprechen kein Walisisch. Ja, genau. Schade im Grunde. Eigentlich schon. Denn so Sprachen immer aussterben, ich finde es sehr, sehr schade. Trotzdem durften Sie ja Ihren englischen Akzent behalten. Wir reden heute über die Thunderstorms, wieder eine Idee aus der Community und es war mal nötig. Das war sehr nötig, weil im Grunde, überlege ich mal, wie oft haben wir schon über Folgen gesprochen, wo die dabei sind. Das stimmt. Und heute soll es mal nur um Sie gehen. Wir gehen davon aus, dadurch, dass es ja doch gar nicht so viele Folgen sind, dass die Folge jetzt nicht die längste wird. Aber dann sind wir auch der Familie mal gerecht geworden. Genau. Heute wird die Folge nur zwei Stunden und nicht drei Stunden. So ist es. Ja, wir werfen nochmal einen Blick. Wann haben wir beide zum ersten Mal von den Thunderstorms gehört? Kannst du dich noch erinnern? War das die Folge mit den Schlossgespenstern oder war das wie bei mir die Entengeschichte? Es war die Entengeschichte. Und ich glaube auch von den Thunderstorm-Folgen war lustigerweise die erste, also die Schlossgespenster, die ich als letztes gehört habe. Okay. Warum, weiß ich nicht. Die Schlossgespenster war wirklich unter den ganz großen Klassiker-Folgen, also den ganz frühen Folgen, so wirklich die letzte. Ich kann nicht sagen warum, weil die auch so in, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so als Kinderhörspielreihe ist jetzt die Schlossgespenster oder in einer Kinderhörspielreihe ist jetzt auch die Schlossgespenster ein recht generischer Titel vielleicht. Die hat mich einfach nie so richtig abgeholt. Okay, bevor wir zu den Thunderstorms kommen, haben wir eigentlich Verwandtschaft im Ausland? Nee, also ich persönlich nicht. Ich habe nur, ich habe väterlicherseits gar keine Verwandtschaft mehr und mütterlicherseits eine Cousine und eine Tante, die ich aber auch so gesehen, ich habe die, so traurig das klingt, einmal gesehen und das war auf der Beerdigung meiner Oma. Also ich habe eine sehr, sehr kleine Familie. Ich überlege gerade im Ausland, also es ist so, dass meine Oma mütterlicherseits, die nicht mehr lebt, wie gesagt, dass die in, und ich verwechsel das immer, ich bin halt wirklich ein historisches, ein geschichtliches und geografisches, ein geografischer Nichtsnutz. Entweder hat sie mal in Polen gewohnt, was jetzt Deutschland ist oder sie hat mal in Deutschland gewohnt, was jetzt Polen ist. Zweites. Zweites, ja genau. Ja, alles andere macht ja auch kriegsgeschichtlich gar keinen Sinn. Ja, es ist nicht so ganz einfach. Gerade das Staatsgebiet Polens hat sich im Laufe der Geschichte sehr, sehr weit nach Westen verschoben. Ja, also ich habe sehr östliche Familienwurzeln, aber es sind keine polnischen Wurzeln in dem Sinne. Von meinem Freund, da ist die Familie über die ganze Welt verteilt. Da wohnt Onkel in Amerika, über Deutschland verteilt sowieso. Also das, was ich nicht an Familie habe, hat er. Und es ist auch so gefühlt, wenn irgendwie mal eine Stadt ins Spiel kommt, ja hier wohnt die und die. Also das ist wirklich extrem weit verzweigt, dass da prallen so zwei unterschiedliche Familienwelten aufeinander. Das ist immer ganz spannend. Das ist fast so ein Culture Clash. Nee, bei mir ist es ein bisschen anders. Also meine aktuelle Familie, meine Generation, die ist recht klein, recht übersichtlich. Ich habe aber ein recht großes Spektrum an Vorfahren, wenn ich mal so zwei Generationen zurückgehe. Also meine Oma, väterlicherseits, die lebt noch. Die ist mittlerweile bald 95. Die ist geboren worden 1929. Das waren so noch ein paar Jahre nach dem Ende der sogenannten K&K-Monarchie. Ich glaube, die kommt aus der Nähe von Prag oder ist sogar in Prag geboren worden. Sprach im Jugendalter fünf oder sechs Sprachen fließend, hat sie mir damals erzählt. Ja und sie ist also nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie eben ins Ruhrgebiet gezogen. Ihre Familie lebt noch dort. Ich habe Ende der 80er Jahre oder Anfang der 90er, als der eiserne Vorhang damals aufging, waren die, glaube ich, auch mal hier. Da habe ich die kennengelernt. Die wohnen auch noch dort in der Nähe von Prag, aber da besteht, also zumindest von meiner Seite, kein Kontakt zu. Etwas anders ist es, mütterlicherseits. Ich habe es, glaube ich, irgendwann mal erzählt von meiner Mutter, die Mutter. Die hatte zehn Geschwister, also insgesamt waren sie zu zehnt. Und eine Schwester ist, ich würde sagen, Ende der 50er Jahre nach Australien ausgewandert. South Australia, Adelaide. Da war ich übrigens auch schon 1999. Haben sie besucht, die Familie. Da habe ich sie auch kennengelernt. Und über die sozialen Netzwerke bestehte auch bis heute immer noch ein bisschen Kontakt, ja. Ach, witzig. Ja, auch wieder so ein kompletter Gegensatz. Ich weiß manchmal nicht, ob ich es schade finde, dass ich so wenig Verwandtschaft habe. Andererseits hat man auch weniger Stress, muss man auch ehrlich sagen. So ist es halt bei mir. Und bei dir ist es so. Genau, jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie sind die Thunderstorms eigentlich nach Irland gekommen? Da können wir jetzt spekulieren. Wir erfahren ja Cecily, das ist die Cousine von Barbara. Stimmt. Und als ich das gestern gehört habe, also ich habe die Thunderstorm-Folge nochmal gehört und dann wird man ja auf Details nochmal besonders aufmerksam. Und da ist mir das auch aufgefallen. Und da habe ich versucht, dadurch, dass ich wenig Familie habe, muss ich auch selten mit Familienkonstellationen und Begriffen um mich schmeißen. Aber Cousine, das bedeutet, das ist die Tochter von einer Schwester? Also, wir haben mal gehört, irgendwann Barbara hat eine Großmutter, wohl die Amanda heißt. Vermutlich werden die beide die gleiche Großmutter haben. Ich schließe daraus eher, dass Oma Grete noch eine Schwester hat und von der ist es dann die Tochter. Richtig, genau. Wir müssen mal den Stammbaum der Blocks werken. Das müssen wir auch nochmal analysieren. Ich habe eine Generation übersprungen. Stimmt, genau. Und was ist dann Margie für Bibi? Ist das dann die Großcousine? Ja, ja, müsste, ne? Und was ist Margie für Barbara? Oder zweiten Grades oder irgendwie sowas. Und was ist dann Barbara für Margie? Das ist kompliziert. Ich bin sehr froh, dass nicht nur ich da ins Schwimmen komme. Vielleicht haben wir jetzt ein paar Ahnenforscher, die hören, die können uns das mit Sicherheit alles sagen. Ja, genau. Aber ich werde den Stammbaum demnächst irgendwann mal zeichnen. Das ist gut. Und dann können wir ihn ja bei Instagram oder so teilen. Ich glaube, da kommt mehr rum, als man glaubt. Wollte ich gerade sagen. Entweder wir teilen das dann, oder du teilst das bei Instagram, oder wir machen da eine Folge daraus. Können wir mal gucken. Ja, wir gucken mal, genau. Also, es ist ein verzweigtes, aber nicht ganz entferntes Verwandtschaftsverhältnis. Also, ich würde sagen, das Verwandtschaftsverhältnis von Kira Kolumna zu Carla Kolumna ist weiter aufgefächert. Ja, da schnallt sowieso keiner durch. Das stimmt. Der ist ja auch in der Nichte 2. oder 3. oder 26. Grades. Also, da ist das noch ein bisschen abstrakter. Also, es existiert auf jeden Fall ein familiärer Bezug. Ja, genau. Das haben wir. Also, Sie wohnen in Dublin, also in der Nähe von Dublin, behaupten wir mal. Also, da fliegen Sie ja hin in Folge 8. Übrigens, das war ja die erste offizielle Bibi Blocksberg-Folge und die erste ohne Boris, ne? Ja, das stimmt. Weil Boris war nämlich verreist. Ja, genau. Das heißt also, Familie Blocksberg verreist ohne den Verreisten. Das ist auch sehr schön. So ist das. Stell dir mal vor, Boris wäre mitgekommen. Und dann mit den Schlossgespenstern. Ich glaube, die hätten den auch im Keller eingesperrt. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen, ja. Armer Boris. Ja. Wir haben sehr simpel drei Personen in der Thunderstorm-Familie. Das ist Margie, Cecily und das ist Patrick. Auf die Namensherkunft sind wir kürzlich in einer eigenen Folge eingegangen. Da sind wir einmal sämtliche wichtigen Namen der Neustädterinnen und Neustädter und auch in der Nähe von Dublinerinnen und Dubliner eingegangen. Also, ich sag mal so. Ich hab mal geguckt. Das geht ja sehr schnell. Du bist mit dem Flugzeug sehr schnell in Dublin. Je nachdem, von wo du in Deutschland fliegst, aber so grob zwei Stunden bist du da. Wenn das nicht so teuer wäre, wäre das wirklich mal ein Trip wert. Ich sag mal, das ist ja ungefähr die Zeit, die du brauchst, um mit dem Zug von Hamburg nach Berlin zu fahren. Das ist wahr. Also zwei Stunden, das geht schnell. Seien wir mal ganz ehrlich, wir hätten das eigentlich verargumentieren müssen, dass wir nach Dublin reisen müssen, um für diese Folge zu recherchieren. Warum fällt uns das jetzt erst ein? Herzlich willkommen zum Podcast heute live aus Dublin. Ja, das wäre doch viel authentischer gewesen, liebe Leute von Kiddings da draußen. Denkt doch nächstes Mal daran. Genau, könnt ihr uns die Reise finanzieren. Richtig. Egal, wir sind leider zu spät drauf gekommen. Ist auch nicht so schlimm. Zurück zur Familie, wie gesagt. Genau. Margie, Cecily, Patrick, ganz typische irische, schrägstrich englische Namen. Thunderstorm abgeleitet von Gewitter. Ich verbinde es mit der felsigen Küste. Ich habe ein sehr raues Bild von Irland, wenn ich höre, dass die da wohnen. Aber viele nette Menschen, was man so hört. Also ich möchte sehr gerne mal nach Irland. Fehlt noch so ein bisschen auf meiner Agenda. Ich glaube, das werde ich aber zeitnah nachholen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom irischen Tourismusverband. Ja, apropos Tourismusverband, wie gesagt. Die Blocksbergs fliegen also hin. Und so wie uns die Thunderstorms vorgestellt werden, man könnte fast sagen, so ein bisschen die irischen Blocksbergs, so wie sie auftreten. Auch Mutter und Tochter, die beide hexen können. Und der Vater, der davon einfach genervt ist, mehr oder weniger. Ja, das stimmt. Aber er hat ja ein besonderes Feature, so ein Gimmick, nämlich das Auto, das fliegen kann. Und ich weiß nicht, wie firm du in Sachen Harry Potter bist. Nicht so ganz. Aber da gibt es auch eine Familie und die hat lustigerweise auch feuerrote Haare, wie ja die Thunderstorms und die Weißen Enten äußerlich beschrieben werden. Und die haben auch ein fliegendes Auto. Ach super. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen bei der Harry Potter-Familie. Aber war doch klar, wenn die aus Irland kommen, die müssen natürlich alle rote Haare haben. Richtig. Sie haben keine Seele. Ich weiß nicht, wo das herkommt eigentlich. Echt? Ist ja auch so ein altes Klischee, dass Rothaarige keine Seele haben. Da habe ich noch nie was von gehört. Doch, doch, doch. Ob das aus der Hexenzeit kommt, ich weiß es nicht. Das ist ja dramatisch. Natürlich ist das dramatisch. Okay. Was ich übrigens sehr interessant finde ist, dass sich ja, also wie gesagt, erstes Aufeinandertreffen in der Folge und die Schlossgespenster. Bibi hat ja extreme Vorurteile gegenüber Margie, ohne dass sie die jemals getroffen hat. Ja, aber Margie gegenüber Bibi auch, muss man sagen. Also die können sich, kann man wirklich sagen, die können sich absolut nicht leiden zu Beginn. Jetzt muss man sagen, wir haben es gerade gesagt, das sind so die irischen Blocksbergs, wenn man möchte. Was sie allerdings krass unterscheidet, das ist die Art und Weise, wie sie leben. Die Blocksbergs damals noch in dieser viel zu kleinen, unkomfortablen Hochhauswohnung. Und Thunderstorms wohnen in einem Schloss. Was auch nicht besonders gut in Schuss ist, aber immerhin, es ist ein Schloss, sagt ja Margie, ne? Ja, ist natürlich die Frage, wir erfahren ja auch, dass sie das Schloss aufgeben müssen, wenn halt die Schlossgespenstergeschichte nicht wäre. Das heißt, du sagst es schon, es ist nicht besonders gut in Schuss und offenbar scheinen die Thunderstorms ja dadurch auch nicht das Geld zu haben, um das Haus zu renovieren oder so, keine Ahnung. Da sind sie wieder sehr nah bei den Blocksbergs, auch die haben ja immer wieder finanzielle Probleme, wie wir hören. Genau. Beziehungsweise, ich sag mal, finanzielle Probleme ist ein bisschen weit hergegriffen, aber zumindest müssen die schon gucken, was sie mit ihrem Geld machen. So ist das. Das wird mehrfach thematisiert, sei es beim Umzug oder sei es bei Planungen für einen großen Urlaub, wo Bibi oft ein bisschen unglücklich ist, das hören wir in mehreren Folgen. Ja. Aber bei Thunderstorms scheint die Situation zumindest zu Beginn noch ein bisschen dramatischer zu sein. Findest du es eigentlich auch so witzig, weil wir sprachen ja gerade über die Abneigung von Bibi zu Margie und von Margie zu Bibi, wie schnell das beigelegt ist, ohne irgendein Besonderes. Also ich meine, die schlagen sich gegenseitig. Ja, Kloppe, reißen sich die Haare raus. Ja, und dann ist aber plötzlich alles gut, weil sie feststellen, es ist irgendwie doof. Ja. Also da habe ich mich gefragt, so, hä? Ja. Naja gut, wir lassen es einfach mal so stehen. Genau. Die drei haben ja auch zu Beginn, also 1983 muss man sagen, da ist die Folge entstanden mit den Schlossgespenstern. Drei sehr markante Stimmen hören wir hier. Sabine Thiesler als Margie. Ist übrigens auch die gleiche, die damals Shubia gesprochen hat. Folge 18 und 35, haben wir das später geändert. Dann, und als Eltern, Almut Eggert und Jochen Schröder, lange Zeit vielbeschäftigte Schauspieler. Übrigens beide erst kürzlich hochbetagt gestorben. Zu Sabine Thiesler wäre vielleicht noch zu sagen, dass die mittlerweile, also ich glaube im Hörspielgeschäft nicht mehr tätig ist. Die ist aber mittlerweile zweimal schon mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Für? Oh, jetzt fragst du mich wieder was. Okay. Kannst du ja nebenbei einmal recherchieren vielleicht? Wir recherchieren mal und du erzählst schon mal ein bisschen weiter. Genau, also das ist alles, was wir so über die erste, durch die erste Folge erfahren. Wir merken auch schnell, dass zwischen Barbara und Cecily wirklich so eine, wie ich finde, mit Frau Martin, so eine Freundschaft existiert, die ich so mit zwischen Barbara und Frau Martin so ein bisschen vergleichen würde. Okay. Also da ist wirklich, die treffen sich dann auch auf ein Weinchen und so weiter, haben ja auch viel miteinander zu tun später oder auch wirklich im wahrsten Sinne zu tun. Wenn sie dann später zum Beispiel in der Folge mit dem verhexten Handy Hexenwolle spinnen, haben also auch ähnliche Interessen. Kein Wunder, wenn sie ja auch beide Hexen sind. Margie und Bibi beide im selben Alter und auch bei Patrick und Bernhard, die ja auch so das gleiche Leiden so ein bisschen vor sich her schieben, dass sie nämlich als einzige nicht hexen können. Das ist halt wirklich eins zu eins, Blockspecs wieder gespiegelt. So, ich habe nochmal recherchiert. Sabine Thiesler hat also zwei Grimme-Preise bekommen. Sie ist heute tätig als Autorin, überwiegend fürs Theater und Drehbücher. Und sie hat diese Auszeichnung bekommen für einmal das Drehbuch für die Fernsehserie Der kleine Vampir, sowie den Psychothriller Der Mörder und sein Kind. Okay. Aber immerhin. Vor allen Dingen die Bandbreite Der kleine Vampir und ein Film, der Der Mörder und sein Kind heißt. Sehr spannend. Finde ich interessant. Sehr cool. Also, sehr interessante Vita, muss man sagen. Jahrgang 57. Heißt, zum damaligen Zeitpunkt war sie auch noch ein Teenager. Oder? Im Moment. Ne. Ne, war sie schon in den 20ern. Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen geguckt, wie sich die Blockspecs und die Thunderstorms gegenseitig spiegeln. Dann lass uns doch mal schauen, in wie vielen Folgen sie vorkommen, außer in der Schlossgespenster-Folge. Also, es sind bis heute insgesamt, wenn wir mal nur auf die Hörspiele gehen, in den Zeichentrick-Folgen kommen sie auch hin und wieder vor. Auch wunderschön klischeehaft mit ihren roten Haken. Es gibt also fünf Folgen. Und wir hatten ja nach der Folge 8 die Folge 36, die mit den weißen Enten. Klammer auf. Auch dazu haben wir schon eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Klammer zu. Hashtag Eigenwerbung und so weiter und so fort. Tja, ist im Grunde mehr oder weniger die Fortsetzung. Einmal fliegen die Blockspecs eben nach Irland. Beim nächsten Mal kommen die Thunderstorms nach Neustadt. Und das rundet das Ganze so ein bisschen ab. Und dann gibt es eine lange, lange Pause. Also, man muss sagen, zwischen diesen beiden Folgen waren drei Jahre. 1986 kam das mit den Enten. So, und dann haben wir lange, lange Zeit, nämlich fast 20 Jahre, gar nichts mehr von den Thunderstorms gehört. Und man hat so ein bisschen gedacht, oh, die sind irgendwie raus aus der Nummer. Bis zu einer Folge, nämlich Hexspruch mit Folgen. Aus dem Jahr 2005, die kamen ja damals zum 25-jährigen Jubiläum. Oma Grete war ja auch dabei. Und die Thunderstorms war immer die ganze Familie wieder. zusammenfinden musste. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil zum damaligen Zeitpunkt haben ja alle drei auch noch gelebt und waren auch noch aktiv. Die drei, die ich gerade genannt habe, Sabine Thiesler, Almut Eggert und Jochen Schröder. Man hat alle drei Rollen komplett neu besetzt. Und zwar, weißt du, wie die Sprecherin von Margie Thunderstorm mittlerweile heißt? Nein. Sie hat deinen Namen. Nicht Wessels, aber Antje. Ach, wiss ich. Sie heißt Antje von der Ahe. Die kennt man doch. Das ist doch auch eine Schauspielerin, oder? Und hat auch eine Tochter, Lina von der Ahe, die auch Schauspielerin und Sprecherin ist. Ach, witzig. Weißt du, wen die spricht? Da google ich jetzt mal nicht. Wow, da bist du, da kommt selbst der Springer an seine Grenzen. Also wie gesagt, Cecily, Regine Albrecht und Erich Reuker hören wir als Patrick. Ist, finde ich, übrigens auch mal wieder eine Vorzeige-Neubesetzung. Ja. Also wir haben ja kürzlich, da habe ich das auch schon gesagt, um nicht immer die Neubesetzung des Grafen von Falkenstein vorzuschieben. Das habe ich schon viel zu oft gesagt. Ach. Aber zum Beispiel haben wir ja in der Folgenbesprechung rund um die 150 die neue Stimme von Moni analysiert. Und da muss ich ja auch sagen, das ist mir sofort ins Ohr gegangen. Ja. Und ist bei den Thunderstorms auch so. Ich habe da nie das Bedürfnis gehabt zu sagen, ich möchte aber die alten Stimmen wieder haben. Wobei man muss sagen, stimmlich kommen die ziemlich nah ran. Eben, genau. An die Originale. Also wirklich sehr gutes Neucasting. Auch wieder gesagt, diese Szene mit dem fliegenden Auto hat man übernommen. Voller Schub und voller Kraft. Gleich haben wir den Stall geschafft. Hacks. Hacks. Aber was ich spannend finde ist, wir haben ja darüber gesprochen, wie weit verzweigt eigentlich die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen oder wie weit auseinander die sind. Aber dass sie sich für Hacks-Spruch mit folgen, dass die da tatsächlich vorbeikommen müssen, um so dieses Familienkonstrukt vollzumachen, finde ich interessant. Man hätte auch auf andere Figuren zurückgreifen können. Ja, stimmt. Also die irgendwie enger dran sind, oder? Aber wer ist denn dann noch enger dran bei den Blocksbergs so verwandtschaftlich betrachtet? Außer Oma Greta jetzt natürlich, ne? Ja, genau. Die meinte ich jetzt. Ja. Ja, hast recht. Sie brauchen ja auch ein paar mehr. Mhm. Ja gut, okay, dann sind das die einzigen, die übrig waren. Ja? Ja, okay. Nee, hast du recht. Aber so hat sich der Kreis, finde ich, ganz gut geschlossen. Ja, weil wenn man doch mal irgendwie was hört von Cousine und Tante und Onkel, das sind dann ja in der Regel nicht hexische Figuren. Ja, du hast recht, okay. Sie hätten ja nicht Tante Luisa holen können. Um Gottes Willen. Es war auch eine Hexe in gewisser Weise, aber... Aber gut, ist ja auch von Bernhard. Warum auch immer, weil sie ja Blocksberg heißt. Die heißen ja alle Blocksberg. Genau, so ist das. Ich sag nur Familienstammbaum, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Bernhard hat ja auch noch den Bruder, den Alfred. Und dann haben wir auch noch einen Onkel Albert, haben wir auch noch. Also ich muss diesen Stammbaum wirklich irgendwann mal machen. Ja, unbedingt. Ich hab da irgendwie gerade Lust drauf. Okay. Dann dauert es gar nicht mal allzu lange, bis es den vierten Teil mit den Thunderstorms gibt. Und wir haben ja gehört, in Folge Heckspruch mit Folgen geht es wieder nach Neustadt. Also muss es jetzt wieder nach Irland gehen. Aber diesmal ist es nur Bibi, die in Folge 98 nach Irland fliegt. Und zwar mit einem Billigflieger. Wir haben gerade schon diskutiert, so eine komische Gesellschaft mit R vielleicht vorne dran. Bin ich auch schon mal mitgeflogen übrigens. Also der Flug damals, es ging nach Riga, nach Lettland. Der dauerte, glaube ich, auch so zwei, zweieinhalb Stunden. Und alle fünf Minuten ist Werbung gemacht worden und möchten Silose kaufen und alles mögliche. Was? Ja, dafür war der Flieger auch billig. Was glaubst du, warum der so billig ist? Naja, ich bin dieses Jahr auch mit einem Billigflieger nach Teneriffa geflogen und zurück. Da wurden meine Familie und ich auseinandergesetzt. Also wir hatten noch nicht mal Anspruch darauf, nebeneinander zu sitzen. Also wirklich. Das ist, naja, aber wenigstens wurde keine Werbung gemacht. Armer Antje. Armer Antje. Armer Stefan. Gut, es ist wie gesagt nur Bibi. Die Elternblocksberg tauchen dann nicht auf. Und die Folge fällt allgemein auch so ein bisschen aus dem Raster, finde ich. Cecily macht wirklich den weltbesten Kartoffelbrei. Also Bibi isst in Irland auch sehr gerne mal Kartoffelbrei. Ich weiß nicht, ist so ein bisschen makaber, oder? Wenn ihr Besen so heißt und sie isst dann Kartoffelbrei. Sie hat ihn ja danach nach ihrer Lieblingsspeise. Ja gut, hast du auch wieder recht. Essen sie eigentlich. Und lustigerweise in Neustadt essen Cecily und Margie Cornflakes. Ja. Und die weißen Enten. Und gebackene Bohnen auf Toast. Stimmt, genau. Und diesen Brei hier mit den Schildkröteneiern und dem Kammenbär. Genau, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Prinzessinnen von Thunderstorm. Es ist im Grunde eine Folge, die gar nicht so normal in Irland zur Zeit von Thunderstorm spielt. Sondern durch einen Hexspruch hexen die sich ein paar hundert Jahre zurück. Auf einen sagenumwobenen Ball, von dem ja Margie immer erzählt. Der muss ja auf Schloss Thunderstorm stattgefunden haben. Mit Lady Margaret, der fortschrittlich. Das ist auch ein sehr schöner Name, oder? Lady Margaret, die fortschrittliche. Schloss Thunderstorm und diese sehr lang zurückliegende Historie deutet ja auch darauf hin, dass da auch ein langer Familienstammbaum existiert. Wenn das so viele Jahre schon her ist oder Jahrhunderte schon her ist und das Schloss Thunderstorm heißt. Immerhin muss man sagen, waren Bibi und Margie maßgeblich an der Aufhebung der Ständegesellschaft beteiligt. Auf jeden Fall. Die Folge erinnert mich übrigens auch so ein bisschen an die Bibi und Tina Folge mit dem Gestüt in England. Ja, stimmt ein bisschen. Ich bin natürlich auch bei Bibi als Prinzessin, auch wenn es da natürlich ein ganz anderes Chaos mündet als hier. Aber generell, wie stehst du so zu der Folge? Ja, es ist halt eine untypische Bibi-Folge. Also ich habe sie vor ein paar Tagen nochmal gehört. Ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber es ist keine, wo ich sage, was verbindest du mit Bibi Blocksberg? Ach ja, hier Folge 98. Die Prinzessin von... Nein, mit Sicherheit nicht. Aber ich finde sie trotzdem besser als die, die darauf folgt. Ja, das kann ich bestätigen. Es geht um Folge 131. Das verhexte Handy aus dem Jahr 2019. Also die ist noch gar nicht so alt. Das ist, glaube ich, so um den Jahreswechsel 19, 20 damals erschienen. Also hat jetzt so vier Jahre auf dem Buckel. Wenn man so hört, das verhexte Handy... Ist schon schlecht gealtert. Ja, da denkt man sich, oh, das ist eine Folge, die passt nicht so in dieses normalerweise zeitlose Konzept der meisten Bibi-Folgen. Aber immerhin, was Bibi so ein bisschen sympathisch macht in dieser Folge, während Schubi ja permanent nur am Daddeln ist... Du meinst Margie. Margie, natürlich. Ja, genau, es ist Antje und nicht Sabine. Während Margie permanent nur am Daddeln ist, erfahren wir, dass Bibi so einen alten Knochen hat und ab und zu ein bisschen damit telefoniert. Also Bibi, die hat mit den sozialen Medien und mit den neuen Medien so wenig am Hut, ne? Ja, dafür ist, ja, wie soll ich das sagen, Margie ganz schön abhängig von ihrem Gerät. Ja, so ein typischer Smombi, könnte man fast sagen, ne? Ja, der hauptsächlich auch damit spielt und da eine App und da eine App. Also da ist das erste Mal, dass Margie mir auch so ein bisschen auf den Senkel geht. Aber das ist ja eigentlich authentisch, wenn man bedenkt, dass einem am Handy oder vor allem am Smartphone hängende Jugendliche vielleicht dann doch auch mal so ein bisschen nerven in ihrer Konzentration, die ganze Zeit auf den Bildschirm. Ja, und dann holt sie ja noch ein altes, ungebrauchtes Smartphone aus der Schublade und gibt es dann Bibi. Dann werden auch irgendwelche Apps installiert und dann schreiben die sich, obwohl sie in einem Zimmer sind, Nachrichten. Ja. Weißt du, woran ich da ein bisschen denken musste? Na? An die Szene Bibi in der Ritterzeit, wo die nebeneinander mit den Telefonen stehen. Ja, stimmt. Weil die da von dieser modernen Telefon-Technik total begeistert sind. Ja, genau. Und hier sind sie eben fast schon, ja, abhängig davon, mit ihren Smartphones sich Nachrichten zu schreiben. Das stimmt. So die neuere Version davon. Umso sympathischer finde ich aber, was die Eltern in der Zeit machen. Weil, wie ich gerade eben schon angedeutet habe, in dieser Folge spinnen Barbara und Cecily hexen wolle. Ja. Und viel interessanter finde ich aber, dass Patrick und Bernhard zusammen da ihren Handwerkertätigkeiten nachgehen. Ja, oder ihren nicht vorhandenen, ne? Ja, aber das finde ich total sympathisch. Also ich hätte auch den beiden in der Folge vorwiegend zuhören wollen. So vor wie Bernhard da mit seinem Werkzeugkoffer da. Er ist ja am Flughafen, da fallen erstmal die ganzen Maurerkellen raus. Ja. Also ich könnte mir auch Schöneres vorstellen, als im Urlaub ein Schloss zu renovieren. Irgendwie schon. Vor allem so ein Schloss ist ja auch groß. Und ob man das zu zweit in Eigenregie mit so ein paar Kellen und ein bisschen Putz machen kann. Ich sehe das eher skeptisch. Ja, in der Folge ist auch wieder dieses, wie heißt es nochmal? Dieses sich selbst überschätzen. Dann den Krüger-Syndrom. Das kommt hier wieder relativ stark zum Vorschein bei Bernhard. Vor allem, erst Bernhard tut sich ja schwer mit den alten Längenmaßen auf dem Zollstock von Patrick. Hier mit Inch und Feed und so ein Gedönse. Aber davon abgesehen, der eine möchte dann die Wände trocken verputzen, der andere möchte sie feucht verputzen. Letztendlich fällt der Putz sowieso vor eine Wand. Ja, und Margie und Bibi spielen dann sowas wie Pokémon Go. So hat es irgendwie vom Eindruck, ne? Da war ich übrigens ein bisschen irritiert. Es wird ja in der Folge gesagt, dass Feed und Inch, dass das eine veraltete Messweise ist. Aber das gibt es doch immer noch. Ja, natürlich. Also das ist doch gar nicht veraltet. Nein, nein. Und ich glaube auch in, ich weiß nicht, wie es in Irland ist, aber in Großbritannien gibt es ja auch noch, die müssen in Meilen fahren. Ja, genau. Sehr merkwürdig. Naja, vielleicht eine Ausrede. Kriegen wir in den jüngeren Folgen noch irgendwelche Infos über die Thunderstorms mit, die nicht schon in den ersten beiden mit denen genannt werden? Eigentlich gar nicht so sehr, oder? Wir haben das Bild, das durch... Das Grundgerüst, das steht im Grunde seit Folge 8. Genau. Und dann haben wir sie halt als wiederkehrende... Was man vielleicht sagen muss, die Sprecherin von Cecily hat wieder gewechselt. Das ist jetzt Monika Bielenstein, ist auch eine recht bekannte Sprecherin. Mittlerweile, glaube ich, auch schon 80 Jahre alt. Und Regine Albrecht ist schon ein paar Jahre verstorben. Aber auch wieder ein sehr guter Wechsel. Ja, absolut. Also bei den Thunderstorms, muss man sagen, ist das immer sehr gut ineinander übergegangen von einem... Generell, wir haben ja auch schon mal eine eigene Folge über SprecherInnen und ihre Wechsel gesprochen. Und das geht ja immer ziemlich reibungslos. Müsste lügen. Monika Bielenstein bei Benjamin Blümchen, glaube ich, auch die Sprecherin von Stella Stellinis Oma, von Nonna Clara. Ah, okay. Ja, müsste passen. Ja, fest ist ihr Spezialgebiet aus Frauenfiguren mit ausländischen Akzenten zu sprechen. Ja. Was hältst du eigentlich so von diesem Akzent der Thunderstorms? Ich finde ihn völlig in Ordnung. Ja, der ist auch nicht zu aufgesetzt, ne? Ja, also mir fällt spontan kein besserer ein. Es gibt... Bei Conny F. Schinkenberger ist es aufgesetzter, der hat ja eher einen amerikanischen Akzent. Yes, doch Amerikaner, die sprechen ja alle so. Genau. So ähnlich. Und das haben sie zum Beispiel, um beim amerikanischen, schrägstrich englischen Akzent zu bleiben, das haben sie besser gemacht. Zum Beispiel in die Austauschschülerin, da finde ich es auch angenehm. Emily, genau. Oder vor allen Dingen in Bibi in Amerika, da finde ich es auch gut. Ist ja die Frage, ist da der Unterschied zwischen Carolyn, Ellen und ihrer Familie deutlicher als bei den Thunderstorms? Du meinst jetzt im Vergleich zu den Blogspel oder Thunderstorms und Carol? So was so den Akzent betrifft. Da geht es ja mehr so ein bisschen ins Amerikanische. Ich glaube, das kommt auch ganz gut durch, ne? Finde ich auch, ja. Bei den Thunderstorms ist es nicht ganz so heftig. Und was ich interessant finde, dadurch, dass du diesen Verweis jetzt nicht gebracht hast, gehe ich davon aus, dass ich jetzt richtig liege damit, dass die Mutter von Carolyn und die Sprecherin und die Mutter von Margie, also Cecily, dass die nicht die gleiche Sprecherin haben. Nein, nein. Aber wenn ich mir jetzt so beide vorstelle, dann hätte ich, wenn ich dir jetzt nicht gegenüber... Aber der Vater, der Vater von Carolyn und der Schinkenberger haben die gleichen Sprecherin. Der Pukas, ja. Aber bei den Eltern hätte ich jetzt tatsächlich nachschauen müssen, weil ich mir da nicht sicher gewesen wäre, ob das dann nicht doch die gleichen Sprecherin sind. Nee, das war, glaube ich, Inken Sommer, die später Oma Grete gesprochen hat. Ah, okay. Dann lass uns doch mal so ein bisschen ein Fazit ziehen. Ja. Wie stehen wir denn zu den Thunderstorms? Ich bin hin und her gerissen. Also auf der einen Seite gut, dass man natürlich das familiäre Spektrum der Blocksbergs erweitert. Weil wie gesagt, mit Ausnahme von Oma Grete ist da ja sonst ja keiner. Was ich auch gut finde, das ist, dass man die Thunderstorms Konsequenz seit 1983 mit eingebaut hat. Gibt nicht allzu viele Folgen. Wir haben es gerade gesagt, nur fünf. Aber wenn ich mal so auf die Folgen gucke, da ist jetzt keine Folge dabei, wo ich sage, die reißt mich so richtig vom Hocker. Wir haben ja mal die Endenfolge als etwas nervig beschrieben. Zu der kann man nicht einschlafen. Und ja, die mit dem verhexten Handy, naja, sehr, sehr schwierig. Prinzessinnen von Thunderstorm fällt so ein bisschen aus der Rolle. Ja, also was Thunderstorms betrifft, ich bin da so ein bisschen komplett in Zwiespalt. Ja, ich auch. Weil ich finde sie, wenn sie auftreten, sympathisch. Sie sind auf gar keinen Fall nervige Figuren. Richtig, ja. Natürlich auch durch die Besetzung. Genau. Aber wir haben ja auch schon in der Weißen Entenfolge ein bisschen darüber gesprochen, gerade so der Beginn, wenn sie so ihre Sachen packen und so, das hätte man eins zu eins auch die Blocksbergs sprechen lassen können. Eigentlich ja. Ja, die spiegeln sich so ein bisschen. Also es ist die gleiche Konstellation aus Vater, Mutter und Kind. Es ist die gleiche Konstellation, dass die Frauen hexen können und der Mann nicht. Die haben alle die gleichen Interessen. Ich könnte mir da eher fast noch eine eigene Serie vorstellen, die Thunderstorms. Ja, das stimmt. Die praktisch die gleichen Abenteuer, wie die Blocksbergs erleben, aber... Nur auf Englisch. Ja. Ja, das ist doch eine gute Idee. So. Dürft ihr haben. Zur Weiterverfolgung. Okay. Okay, das war's. Ja, das war ein, finde ich, sehr guter Streifzug durch Familie Thunderstorm, die wir immer, ja, namentlich erwähnt haben, aber so in der Analyse sind sie immer ein bisschen vage geblieben. Das stimmt, ja. Bis heute. Bis heute, richtig. Dann nochmal der riesengroße Dank an die Community, dass ihr uns nochmal darauf hingewiesen habt, macht was zu den Thunderstorms. Das haben wir jetzt gemacht und wir waren sogar ausführlicher, als wir gedacht haben. Genau. In diesem Sinne, thank you, Stefan. Thank you. And sure. And bye bye. Bis dann. Tschüss. Bibi Bloxberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings. Bibi Bloxberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.